Hallo, es geht weiter mit den Wechselpräpositionen bei Lokalangaben. Auch wieder bei Ländern und Städten. Das Frageadverb lautet jetzt wohin und auf die Frage wohin steht im Deutschen der Akkusativ. Merken Sie sich das bitte. Ich fahre nach Polen, nach Warschau. Darko fliegt nach Russland, nach Moskau. Javier fliegt nach Spanien, nach Madrid. Jorgos fliegt nach Griechenland, nach Athen. Roger fährt in die Schweiz, nach Bern. Ja, also beachten Sie auch hier wieder, die Schweiz hat einen Artikel. Also, wohin, Akkusativ, in die Schweiz. Francesca fliegt in die USA, nach New York. Ja, also hier wieder, die USA hat einen Artikel, im Plural. Also, Akkusativ, wohin, in die USA. Dankeschön. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020